Ohne Schnapp, Kinder, je! Und heute, Kinder, lernen wir den Aufruf Zauber Akio! Einen der ältesten Zaubersprüche in der Geschichte! Sprecht einfach nur Akio und benutzt ihn ganz nach euren Herzenswunsch! Oh, und vergesst nicht, die Scheiß aus euren Zauberstäben zu ficken! Und zwar so! Oh, Akio! Oh, stopp! Akio! Stopp, das Rump! Mach schon, Herr! Du bist der Eusebette! Aber, Ron, was ist, wenn ich ihn nicht hoch bekomme? Ich bin so nervös! Oh, und Gott, ihm live your soul! Um Gottes Willen, Ron, was ma-ah! Akio, Mensch! Heute geben wir Akio, Neville, aber dennoch sehr gut! Zehn Punkte für Griffendor! Nein, Herr, nicht stopp! Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... nicht vergessen, T-Shirts zu kaufen auf sharkrobot.com Um...